Die BMW MGMBH hat ein neues Sahnestück, das 1er MQP. Der neue Kraftprotz soll die Lücke zwischen dem 135i mit 306 PS und dem 420 PS starken M3 Coupé füllen. Allerdings hat das 1er MQP relativ wenig mit den größeren Brüdern in der M-Familie zu tun. Weder das bewährte Doppelkupplungsgetriebe noch M-Differential und M-Drive-Wählschalter sind mit an Bord. Dennoch führt der 1er die M-Tradition standesgemäß fort. Erstmals in einem Serienauto kommen sogenannte Aircurtains zum Einsatz. Sie verbessern die Luftführung im Bereich der Rathäuser und reduzieren Verwirbelungen. Wie Xenon-Scheinwerfer sind Serie, LED-Akzentleuchten im oberen Bereich sorgen für den bösen Blick. Hinten gibt es eine dezente Spoilerlippe für mehr Abtrieb, verkromte Doppelendrohre und von LED-Einheiten gespeiste Lichtbänke. Innen wird M-typisch eine eigene Linie gefahren. Im Instrumenten-Kombi werden graue Zifferblätter für den Drehzahlmesser und der bis zum Wert von 300 kmh reichende Tacho mit roten Zeigern und einer weißen Skalenbeleuchtung kombiniert. Der Bayern-Blitz lässt sich auf Wunsch selbst mit Internetzugang im Fahrzeug aufrüsten. Ledersportsitze sind Serie, orange Kontrastnähte bringen Farbe in den sonst von der Alcantara-Lederkombination dominierten Innenraum. Der kompakte Sportler mit Ahnen wie dem legendären M3 Sport Evo bietet mächtigen Vortrieb. Der 3-Liter-Turbo bringt es auf 340 PS und 500 Newtonmeter. In Verbindung mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe beschleunigt das Coupé in 5,0 Sekunden von 0 auf 100 kmh. Abgeregelt wird bei 250 kmh, außer der Kunde zahlt extra. Apropos Zahlen. Der exakte Preis für das 1er-M-Coupé steht noch nicht fest. Knapp 50.000 Euro scheinen aber realistisch. Ab Mai 2011 steht er bei den Händlern. Untertitelung des ZDF für funk wie Amazon.